Hallo, mein Name ist Daniel Schwert. Ich bin Mitglied der Piratenfraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen. Hallo, ich bin Angelica Bär, Pirat im schleswig-holsteinischen Landtag. Hallo, mein Name ist Fabio Reinhardt und ich bin Mitglied der Berliner Piratenfraktion im Abgeordnetenhaus. Ja, mein Name ist Torge Schmidt. Ich bin parlamentarischer Geschäftsführer der Piratenfraktion im schleswig-holsteinischen Landtag. Ich bin der Alexander Schwieff, seit einem Jahr Mitglied im Abgeordnetenhaus von Berlin. Moin, mein Name ist Patrick Breyer. Ich bin Abgeordneter der Piratenpartei im Landtag von Schleswig-Holstein. Hallo, ich bin Martin Delius, Mitglied im Berliner Abgeordnetenhaus für die Piratenpartei. Mein Name ist Wolfgang Dudam. Ich bin Abgeordneter des schleswig-holsteinischen Landtages. Ich bin Oliver Beyer, Mitglied des Landtags NRW. Hallo Welt, ich bin Heiko Herbeck, Abgeordneter der Piratenfraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin. Und wir streiten hier gemeinsam für die absolute Offenlegung sämtlicher Einkünfte. Ich sage nicht, Nebeneinkünfte, weil Dominik Boden, die Herr Steinbrück eingehamstert hat, weitaus mehr sind. Ich mache mit bei der Aktion für die Offenlegung der Nebeneinkünfte von Politiker, weil ich das für eine sehr, sehr wichtige Sache finde. Ich veröffentliche meine Nebeneinkünfte. Hier. Ich veröffentliche meine Nebeneinkünfte im Internet. Ich lege meine Nebeneinkünfte von Anfang an offen. Ich veröffentliche alle meine Einkünfte, sei es die Diät, sei es Nebeneinkünfte aus Nebentätigkeiten oder sei es meine Kapitaleinkünfte. Meine Nebeneinkünfte, wie Kapitaleinkünfte, denn bei mir sind das vor allem Zinsen der Banken und so weiter, die veröffentliche ich auf meiner Webseite. Und ich veröffentliche meine Nebeneinkünfte, weil ich glaube, dass nicht nur die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch meine Kollegen oder die Parteimitglieder ein Recht darauf haben zu erfahren, womit ich sonst mein Geld verdiene. Ich finde, dass Nebeneinkünfte überhaupt nicht sein dürfen für Abgeordnete, weil nicht einmal der Eindruck entstehen darf, dass meine Entscheidung käuflich sein könnte. Damit jeder sehen kann, dass ich nicht von Industrie- oder Lobbyisten bezahlt werde und dass im Mittelpunkt meiner Tätigkeit hier nicht etwa bezahlte Vorträge, sondern meine Arbeit als Vertreter der Bürger im Landtag steht. Darüber hinaus hat der Wähler auch das Recht zu erfahren, welche anderen Einkünfte wir haben und zwar jede einzelne Einkunft und von wem die kommt, damit er entscheiden kann, ob wir noch andere Abhängigkeiten bestehen. Ich kenne keinen Menschen, der 10, 400 Euro Jobs gleichzeitig machen kann. Ich glaube schon, dass auch Parlamentarier erklären müssen, wie sie ihre Nebeneinkünfte regeln und folgen, was inwieweit das auch ihre Zeit beeinflusst als Parlamentarier. Ich tue dies, weil jeder Bürger das Recht hat zu erfahren, wie ich als Abgeordneter meine Arbeit hier im Abgeordnetenhaus von Berlin finanziere. Denn nur dann kann jeder Bürger für sich selbst entscheiden, ob meine Handlungen hier im Parlament auch frei von finanziellem Druck von außen sind. Ich finde, die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf zu erfahren, wie mich ich möglicherweise verpflichtet führen könnte. Jeder Bürger muss wissen, wie viel Politiker verdienen, egal woher. Und alle haben sich darin zu halten und wir brauchen eure Unterstützung. Weil ich glaube, dass die Menschen einen Anspruch darauf haben, zu erfahren, wer ihre Abgeordneten bezahlt und wofür. Ich mache das. Warum machst du das nicht auch? Ich mache das. Warum tut ihr es nicht auch? Ich mache das. Warum macht ihr es nicht auch? Ich mache dies. Warum macht ihr das nicht auch? Ich mache das. Warum macht ihr das nicht auch? Ich mache das. Warum macht ihr das nicht auch? Ich mache das. Warum macht ihr das nicht auch? Ich mache dabei mit. Und ich hoffe, ihr auch. Deswegen mach auch du mit bei der Aktion für die Offenlegung der Nebeneinkünfte. Ich zähle auf euch. Also, ich mache das nicht. Untertitelung des ZDF, 2020